So, dann herzlich willkommen zum RSB-Tutorium mit Aufgabenblatt 12. Meines Wissens das letzte Aufgabenblatt für dieses Semester, also kleiner Endspurt. Die erste Aufgabe, hier geht es um einen Akkumulator und eine Adressmaschine. Wir werden uns mit den verschiedenen Arten von Adressmaschinen noch beschäftigen in der Aufgabe 12.3. Aber hier geht es erstmal darum, welche Werte nach Ausführung eines Befehls im Akkumulator stehen. Und genau, wir haben hier verschiedene Adressen und dazu Inhalte, zum Beispiel Adresse 5 mit Inhalt 6, Adresse 6 mit Inhalt 7 und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie diese Adressen angesprochen werden können. Darum geht es hier in dieser Aufgabe, dass es Unterschiede gibt, ob ich sage, ich mache Load Immediate, Load Direct oder Load Indirect. Zufällig eine Ahnung, was es bedeutet, wenn ich sage Load Immediate. Ja, genau, das Konstante. Das heißt, bei Load Immediate ignorieren wir eigentlich was, also oder was heißt ignorieren, also wir brauchen nicht wissen, was bei Adressen oder Inhalten steht, sondern es ist einfach direkt der konstante Wert dahinter. Das ist das, was wir hier an der Stelle laden. Und heißt also für uns, Load Immediate 6, dann lade ich einfach in den Akkumulator den Wert 6. Das nächste wäre die Möglichkeit Load Direct. Hier nutzen wir jetzt auch die Adressen. Wie wäre das oder eine Ahnung, was bedeutet, wenn ich sage Load Direct 6? Ja. Ja, genau. Also da gucke ich dann direkt in der Adresse 6 nach, welcher Wert da drin steht. Das heißt, mein Akkumulator kriegt den Wert von dem, was in der Speicheradresse von dem Fall Stelle 6 steht. Wir gucken nach. Wir sehen, der Inhalt ist an der Stelle 7. Das heißt, unser Akkumulator kriegt den Wert 7. Und die dritte Variante ist Load Indirect 6. Auch eine Ahnung, was da der Unterschied ist, was das für uns bedeutet. Ah, nicht ganz. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr gucken als eben. Load Indirect 6. Das bedeutet, dass wir gucken, bei der Speicheradresse, die hier angegeben ist. Also bei dem Wert, der hier angegeben ist, das ist die Speicheradresse, wo wir nachgucken, welchen Wert wir in den Akkumulator laden. Das heißt, Load Indirect 6 gibt uns den Wert der Speicheradresse, wo wir überhaupt nachgucken für unseren Wert. Vielleicht nochmal ein Versuch, welcher Wert müsste jetzt im Akkumulator landen? Na, ich gucke. Bei Speicheradresse 6. Aber das Ganze ist für mich erst die Speicheradresse, wo ich den Wert hernehme. Ein bisschen verschachtelt. Ich gucke also nach. Was steht in Adresse 6? In Adresse 6 steht 7. Und 7 ist dann die Speicheradresse, wo ich meinen Wert herkriege. Und in 7 steht der Wert 8. Das heißt, ich lade in dem Fall 8 in den Akkumulator. Deswegen ist es indirekt, weil man eben nicht sofort den Wert ablesen kann, sondern quasi einmal weitergehen muss. Das ist so verständlich gewesen, nachvollziehbar, wie ich hier auf die 8 gekommen bin. Alles klar. Gut. Die anderen Beispiele aus den Übungen oder vom Übungsblatt gehen einfach ganz genau nach der Methode. Einfach die drei Unterschiede. Immediate, Direct, Indirect. Und merkt euch auch für gleich, nämlich für die nächste Aufgabe, nochmal wie das war. Immediate Wert ist ein konstanter Wert. In Aufgabenteil 2 geht es darum, Immediate Werte darzustellen. Und im Endeffekt steht da ganz viel beschrieben über Architekturen und ähnliches. Und wie eine Architektur für eine 32-Bit-Arm-Architektur, wie das aufgebaut ist. Und mal wieder steht viel drumherum um den Aufgabentext. Und es ist wichtig, dass wir eigentlich rausfinden, was ist der Teil, den wir wirklich brauchen für unsere Aufgabe. Und im Grunde geht es darum, dass es eine Berechnungsvorschrift gibt, wie wir mit Teilen aus der Aufgabe bzw. aus dem Format einen Immediate Wert erzeugen können. Also einen konstanten Wert. Und dafür gibt es verschiedene Bestandteile. Es gibt einen Ausgangswert, einen auf dem Aufgabenblatt im 8. Wir machen hier mit 4-Bit einen im 4-Wert. Ein beliebiger Ausgangswert. Es gibt eine Distanz für die Rotate-Ride-Operation. Auf dem Aufgabenblatt 4-Bit. Wir machen hier mal 2-Bit. Müsste hoffentlich reichen. Und das Ganze im Aufgabenblatt wird zu einem 32-Bit-Wert. Wir machen das hier mit einem 8-Bit-Wert. Das müsst ihr hier reichen. Und dann wird der zusammengesetzt aus dem 4, also aus diesem Immediate-Wert, Rotate-Ride. Und dann um den Abstand Rotation mal 2. Diese 2 ist wichtig, also dass es der doppelte Rotationswert ist. Wir überlegen nochmal Rotate-Ride. Das hatten wir bei den Shift-Operationen. Was ist da, was passiert mit einem Bit, was ich nach rechts raus rotiere beim Rotate-Ride? No, nochmal zur Wiederholung. Also wenn ich hier meine Zahlen hatte. Ahnung. Ahnung. Nehmen wir mal 1, 1, 0, 0. Und ich habe das hier rotiert. Um eine Stelle. Ja, dann ist das rechts raus rotiert. Alles andere wurde um einen nach rechts geschoben. Und was rechts raus rotiert ist, ist links als erstes dann wieder reingekommen. Das heißt, einmal rotiert 0, 1, 1, 0. Zweimal rotiert wäre 0, 0, 1, 1. Und wenn ich jetzt nochmal rotiere, dann würde die 1 rumrutschen. Und ich bin bei 1, 0, 0, 1. Wenn ich jetzt noch ein weiteres mal rotieren würde, würde ich tatsächlich wieder beim Ausgangswert ankommen, weil ich so viel rotiert habe. Ja, das war das Rotate-Ride. Also der Wert, der rechts rausgeht, kommt links wieder rein, das Bit. Das heißt, wir können hiermit einen Immediate-Wert nehmen. Das ist also eine Bitkette. Dieses eben 4. Wir rotieren das nach rechts, um eine bestimmte Anzahl zu stellen. Und insgesamt ist das ein 8-Bit-Wert. Und wir gucken uns mal ein paar Beispiele an. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen klarer, was dann passiert. Die erste Frage, die wir uns jetzt hier stellen würden, ist... Wäre die 13 darstellbar? Eine Idee, wie wir vorgehen müssen, um zu prüfen oder zu gucken, ob mit dieser Vorschrift wir als 8-Bit-Immediate-Wert aus einem Immediate-4 und einem Rot 13 darstellen können. Was brauchen wir wahrscheinlich, wenn wir irgendwie die Zahl darstellen wollen? Vielleicht ist die Frage ein bisschen zu banal. Also wir haben eine Dezimalzahl und wir reden hier oben von Bits. Vielleicht sollten wir als erstes uns einmal angucken, was das für eine... Was ist das eigentlich für eine Dualzahl? Das Ganze ist das Ganze. Genau, das ist die 1101. Und unsere Vorschrift sagt, wir brauchen oder wir bauen uns den Wert zusammen, indem wir einen 4-Bit-Immediate-Wert nehmen und den nach rechts gegebenenfalls rotieren. Können wir 13 darstellen mit dem Ganzen oder können wir es nicht darstellen? Ja, wir können es darstellen. Genau, wir können nämlich sagen, mein Immediate-Wert 4, mein Im-4, da nehme ich die 1101. Das passt. 4-Bit darf ich ja nutzen. Passt also rein. Und den erstmal zu nehmen auf 8-Bit würde bedeuten, dass ich den Wert hier hätte. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Und jetzt müsste ich überlegen, ob ich den noch rotieren muss. Ich will ja genau die 13 haben. Das ist genau 13. 13 heißt für mich also, rot kriege ich den Wert 0, weil ich gar nicht erst irgendwie anfange, da zu rotieren. Aber ich bleibe direkt bei dem Wert, den ich habe. Das heißt, 13 ist darstellbar durch 1, 1, 0, 1 mit Immediate und also direkt quasi die Zahl 13 in Binär und rot 0. Gucken wir uns das nächste an. Die 29 wäre die darstellbar. Dual wäre das Ganze folgender Wert. 1, 1, 1, 0, 1. Könnten wir das mit der Vorschrift darstellen oder nicht? Okay, können wir wohl nicht, ist die Vermutung. Warum? Richtig, nicht darstellbar, weil die Weite der Einsen zu groß ist. Wir bräuchten nämlich 5 Bit. Also, wir stellen fest, für den Modus, wie wir das hier zusammenbauen dürfen, dürfen unsere Einsen nicht weiter als innerhalb von 4 Bit auseinander liegen. Also, wir haben irgendwo eine 4 Bit Kette maximal von Einsen, die wir durch die Gegend schieben bzw. rotieren. Alles andere können wir nicht darstellen. Okay, nehmen wir mal die 52. Ist die denn darstellbar? 52 wäre in Dual der Wert 1, 1, 0, 1, 0, 0. Mhm. Vermutung hier ist nicht. Tatsächlich ist das darstellbar. Schauen wir uns das mal an. Wir hatten eben gesagt, die Breite der Einsen für ein Immediate darf erstmal 4 nicht überschreiten. Haben wir. Wir haben genau 4. Nehmen wir also Immediate 4 von 1, 1, 0, 1. Und dann können wir ja mal gucken, wie das ist. Also, wenn ich 3, 4, 1, 0, 1, 0, 1, wenn ich mit der Zahl anfange und ich will auf folgende Zahl rauskommen. Na, wenn ich den Immediate ohne rotiert nehme, habe ich jetzt die obere Zahl und ich will auf die untere rauskommen. Dann ist es am einfachsten zu überlegen, bei der 1 hier, wo ich jetzt gar ein Sternchen drüber gesetzt habe, wie viele Stellen muss ich die nach rechts rotieren, bis die da ist, wo sie hin soll. Ja, wo alles andere rechts ja auch entsprechend rotiert. Das geht ja um die 1. Dann zählen wir mal durch. Also, ich würde einmal rotieren, zweimal, dreimal, dann bin ich hier bei der 1, viermal, fünfmal, sechsmal. Das heißt, wenn ich um 6 nach rechts rotiere, komme ich hier an der Stelle an, wo ich meine 1 hinhaben will und der Rest dahinter ist auch entsprechend schon rotiert worden. Was heißt das jetzt für unseren Rottwert, wenn ich um 6 nach rechts rotieren will? Welchen Wert muss mein Rottwert kriegen? 3, genau, weil ich ja hier das Ganze nochmal mit mal 2 nehme und dann habe ich 2 mal 3, dann rotiere ich um 6 und 3 ist netterweise ja noch in 2 Bit drin. Deswegen geht das. So, ein letztes schnelles Beispiel. Nehmen wir noch die 30. 30 wäre dual 1, 1, 1, 0. Also, fielen wir die 1, 1, 0. Und die Frage wäre, ist das darstellbar? Okay, Vermutung wäre, dass es darstellbar ist. Das wäre noch ziemlich gemein heute. Natürlich ist es nicht darstellbar. Wir gucken uns das gleich mal wieder an wie eben. Ich mache das mal hier weg. So ein bisschen Platz haben. Also, erstmal sieht es gut aus. Wir können ja sagen, hey, immediate 4, 4 Bits nebeneinander, alles gut. Der Teufel liegt im Detail. Also, folgende Zahl will ich ja erreichen. Ne, mit folgender Zahl starte ich. Machen wir das erstmal. Also, wir sind auf 8 Bit. Unrotiert starte ich hier mit. Und jetzt will ich das Ganze rotieren. Auf. Ach, Gottes Willen. Jetzt komme ich selber durcheinander. Nein, das ist ja schon die Zahl, wo ich hin will. Also, 1, 2, 3, 4. Ja, das wäre es. So rum. So würde ich rotieren wollen. Das heißt, meine 1 hier oben. Soll an die Stelle diese 1 kommen. Und wir fangen an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir müssen um 7 rotieren. Ähm, jetzt wissen wir, dass unser Rot-Wert, also mal 2 genommen wird. Mit anderen Worten, wir rotieren um eine gewisse Anzahl Stellen. Und unser Rot-Wert ist diese Anzahl Stellen geteilt durch 2. Heißt aber leider, dass wir bei 3,5 wären. Und 3,5, naja, umso viel lässt sich schlecht rotieren. Das heißt, deswegen wäre die Zahl dann nicht darstellbar. Okay. Ich hoffe, das hilft für die Aufgabe. Ich hoffe, das war jetzt so verständlich. Guckt, passt es in die Immediate-Breite? Natürlich habt ihr eine andere Breite in der Hausaufgabe. Also eine etwas andere Größe auch von den Werten. Und es ist auch kein 8-Bit Immediate. Das ist, glaube ich, 32-Bit. Schaut da einfach mal nach. Und dann ist die Frage, passt es von der Rotation? Könnt ihr also die Rotation um rechts entsprechend so in einen korrekt gültigen Rott-Wert darstellen? Alles klar? Okay. Gut. Dann, vielleicht brauchen wir heute mal auch nicht so viel. Das nächste, was wir haben, im Aufgabenblatt sind verschiedene Adressmaschinen. 0, 1, 2 und 3 Adressmaschinen. Wir gehen sie stückweise einmal durch. Das erste ist eine 0-Adressmaschine. Die hat einen Stack. Stack heißt, ja quasi Kellerspeicher, Pizzastapel, Gartonstapel, wie auch immer. Das heißt, ich tue was drauf. Also im Endeffekt habe ich halt so, stellt euch vor, ihr habt irgendwie in einem Fachschaftsraum, habt ihr ein Loch im Boden und ihr schmeißt immer die Pizzakartons von oben rauf und könnt immer nur den obersten wieder rausnehmen. Das war ein bisschen unpraktisch, aber ungefähr so muss man sich das halt vorstellen. Ich kann mit Push-M, kann ich auf den Pop-Off-Stack den Wert von M nehmen. Der kommt von der Speicheradresse M. Also quasi, ich schmeiß einen Pizzakarton rein. Mit Pop-M kann ich in eine Speicheradresse den Wert schreiben, der vom Top-Off-Stack kommt. Also ich nehme den obersten Pizzakarton wieder raus. Und dann kann ich diverse Berechnungen machen. Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr guckt, in welcher Reihenfolge das ist. Also die Addition zum Beispiel sagt, dass ich als erstes in eine Temp, also in eine temporäre Variable, den Top-Off-Stack nehme, in den obersten Pizzakarton. Pop es damit dann halt auch, dass der entsprechend dann raus ist. Und dann der neue Top-Off-Stack kriegt dann den Wert von dem, was ich im Temp habe, plus den Top-Off-Stack. Bei Addition macht es nicht viel Unterschied, aber bei Subtraktion und bei Division könnt ihr euch natürlich vorstellen, müssen wir gucken, dass wir die Reihenfolge richtig rummachen. Wir machen ein kleines Beispiel. Und zwar wollen wir berechnen, R gleich D geteilt durch E minus A. Und wir dürfen genau diese Befehle hier nutzen. Also D, E, A und R sind Speicheradressen. In R soll nachher mein Ergebnis sein. Was könnten wir jetzt machen? Vorschlag, was wollen wir als erstes machen? Wir haben nichts auf dem Stapel. Unser Stack ist gerade komplett leer. Wie können wir anfangen? Ich sagte gerade, unser Stack ist komplett leer. Wir dürfen nur berechnen, Berechnung machen, wenn wir irgendwas, also irgendwas brauchen wir auf dem Stack. Sonst können wir hier keine Berechnung machen. Alle Berechnungen brauchen Dinge auf dem Stack. Sollten wir vielleicht was auf dem Stack kriegen. Was können wir machen, um irgendwas auf dem Stack zu kriegen? Okay, genau. Push-Befehle gibt es dafür. Und Pop wäre für raus. Das heißt, wir können uns überlegen, in welcher Reihenfolge legen wir was auf den Stack. Und jetzt müsste ich halt eben schauen. Ich habe hier eine Subtraktion. Wenn ich jetzt einfach mich nur um die Subtraktion kümmern will. Und ich gucke hier, die Berechnung ist temp gleich top of stack. Und der neue top of stack, also der neue Wert nach einer Subtraktion ist temp minus top of stack. Welches Element muss also weiter oben auf dem Stapel liegen, auf dem Stack liegen? Das, von dem ich abziehe oder das, was ich abziehe? Okay. Ganz genau schauen, bei der Subtraktionsvorschrift, welches Element muss weiter oben auf dem Stack liegen? Okay, der Vorschlag. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Was man ganz gut machen kann, ist, ich mache mal hier. Wir haben ja tatsächlich nur ein relativ kleines Beispiel. Aber gerade, wenn es größer wird, ist es immer ganz praktisch, sich zu überlegen, das Ganze einfach mit einem kleinen Stack sich hinzuschreiben. Wir schauen uns mal an. Ich könnte jetzt also sagen, wenn ich sage, das, was ich abziehe, kommt weiter nach oben. Dann würde ich als erstes das E pushen. Und dann würde ich das A pushen. Dann wäre das, was ich abziehe, oben. Wenn ich dann diese Subtraktion durchführe, dann würde ich den Top-of-Stack in Temp schreiben. Temp hätten wir hier. Top-of-Stack ist gerade A. Das ist das obere. Macht dann Pop, dann ist es raus. Damit ist das oberste jetzt E. Und mein neuer Wert für den Top-of-Stack kriege ich dann, wird dann berechnet aus Temp minus Top-of-Stack. So, das heißt, ich tue, Top-of-Stack ist gerade E. A minus E auf den Top-of-Stack. Das ist genau andersrum, als was ich haben will. Also müssen wir wohl umgekehrt das machen. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen. Das, was ich als erstes rausnehme, ist ja das, was das oberste ist, was am höchsten auf dem Stack liegt. Und das ist, dass von dem abgezogen wird. Das heißt, das von dem abgezogen wird, in dem Fall das E, ist das, was ich als letztes rauf tun muss. Das heißt, ich tue erst das E rauf, dann tue ich das A rauf, dann fange ich an der Subtraktion. Temp kriegt den Wert E. Das A wird rausgepoppt. Und mein neuer Top-of-Stack kriegt den Wert von Temp, also E minus A. Und dann habe ich den Wert, den ich haben will. Das heißt, das ist auch so eine Sache, auch für eine Klausur. Schreibt euch sonst irgendwie den Stack einfach nebenbei so ein bisschen hin. Irgendwo auf einer Schmierseite. Also außer der ist explizit eine Aufgabe gefordert. Und guckt euch also an, was passiert gerade. Beziehungsweise guckt auch nochmal, na gut, Top-of-Stack. Also wir setzen sogar den Top-of-Stack an der Stelle hier. Heißt für uns also, wir fangen an mit Push A und Push E. Zur Erinnerung, damit hatte ich dann A und dann hatte ich E gepusht. Dann mache ich die Subtraktion. Schmeiß also E in den Temp und ersetze meinen Top-of-Stack, was ja gerade das A ist, durch den Temp, was E ist, minus den Top-of-Stack. Das heißt, ich habe E minus A. Soll ich aber insgesamt nicht nur E minus A berechnen, sondern auch noch die Division dazu. Habe ich jetzt Glück gehabt? Passt das zufälligerweise, dass ich jetzt nicht irgendwie umbauen muss, sondern damit weitermachen kann? Und was wären dann die Befehle, die ich dafür bräuchte? Was brauche ich? Was muss ich jetzt noch machen, um mit dem Stack, was ich habe, weiterzurechnen und den Rest von meiner Berechnung durchzuführen? Ich muss noch mal überlegen, welcher Wert fehlt mir noch. Ich kann nur mit Dingen rechnen, die ich auf dem Stack habe. Das ist also wahrscheinlich der nächste Schritt, den ich machen muss, wenn ich hoffentlich die richtige Reihenfolge habe für die Division dann. richtig. Ich muss wieder daran denken, ich muss erst mal das D pushen, damit ich wieder was auf dem Stack habe zum Arbeiten. Dann würde nämlich der Schritt erfolgen, der Division. Das hieße, ich nehme mein D runter in den Top of Stack. Beziehungsweise Poppe ist auch raus. Und mein Top of Stack, wo E minus A gerade drin steht jetzt, kriege ich den neuen Wert von Temp, was das D ist, geteilt durch das E minus A, was dann an einer Stelle ist. Das heißt, das wäre jetzt das, was ich am Top of Stack stehen hätte. In dem Fall habe ich Glück gehabt von der Reihenfolge, als das dann auch genauso passte. Da müsst ihr auch gucken, ich weiß es gerade nicht, bei der Hausaufgabe, wie das genau hinkommt an den einzelnen Stellen. Beziehungsweise auch, falls das mal eine Klausuraufgabe ist, was nicht unwahrscheinlich ist bei so einer Art. Meistens ist irgendeine der vier möglichen Adressmaschinen dabei. Dann müsst ihr wirklich auf die Reihenfolge achten. Hier ist es jetzt gerade recht einfach. Okay, ich habe jetzt in meinem Top of Stack diese Berechnung. Soweit alles gut. Aber eine Sache fehlt noch, ein Schritt. Eine Ahnung, welcher Schritt noch fehlt. Noch eine Zeile fehlt uns noch. Im Moment habe ich den Wert im Top of Stack. Wo soll das Ergebnis meiner Berechnung sein? Ja genau, ich muss noch Pop machen, denn das Ergebnis soll ja in R sein. Das heißt, ich schreibe das in die Speicheradresse R. Und damit habe ich ein kleines Programm, habe das erfüllt und wäre an sich fertig. Ich greife jetzt einmal ein bisschen vor. Aufgaben Teil B geht es darum, dann für die Programmcodes, die ihr dann geschrieben habt, also Mini-Programmcodes für die Adressmaschinen, dass ihr dann einmal sagt, wie viele Bits werden für die jeweiligen Programme benötigt. Dafür wissen wir, dass die Angabe ist 8 Bit für ein Opcode, 24 Bit für eine Speicheradresse und 5 Bit für eine Registernummer. Eine Idee, was jetzt Push A ist. Was steckt hinter Push A? Habe ich da eine Opcode, habe ich eine Speicheradresse, habe ich eine Registernummer oder habe ich da mehreres davon bei Push A? Ansonsten ganz einfach angefangen. Was ist denn A? Was haben wir gesagt? Was ist A? Was ist A? Ist A ein Opcode? Nicht wirklich, oder? Register? Vielleicht, könnte man vermuten, wissen wir nicht. Haben wir aber noch nicht. Also man schaut, auf dem Aufgabenblatt steht ja auch A bis E und R für Speicheradressen. Außerdem können F bis Q benutzt werden für Zwischenberechnungen. Insofern ist A eine Speicheradresse und Push ist dann ein Opcode. Das heißt, wir haben tatsächlich 8 Bit plus 24 Bit. Das heißt, 32 Bit für diese eine Zeile. Weil Push hier eben ein Opcode ist. Für Push E gilt natürlich das Gleiche. Was ist mit der Zeile Sub? Was haben wir da vorliegen? Wie viel Bit brauchen wir da? Genau, das ist nur ein Opcode. Und das heißt, an der Stelle haben wir einfach nur 8 Bit vorliegen. Und insofern können wir das hier auch einmal durchrechnen. Push D ist nochmal wieder 8 plus 24. Dann haben wir nochmal 8 Bit. Und Pop R 8 plus 24. Und dann sollten wir insgesamt, wenn ich verrechnet habe, auf 144 Bit kommen. So ist das Ganze gedacht an der Stelle. Okay, wir gehen weiter zur Ein-Adress-Maschine. Ein-Adress-Maschine hat einen Akkumulator. Das, was wir in Aufgabe 1 so ein bisschen hatten. Das heißt, wir können einen Wert mit Load in den Akkumulator laden. Aus einer Speicheradresse. Wir können aus dem Akkumulator an eine Speicheradresse einen Wert storen. Und wir können Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division machen. Aber wir müssen bedachten, dass dabei der Akkumulator-Wert neu geschrieben wird. Und außerdem das Ergebnis sich zusammensetzt aus einer Adresse. Deswegen heißt es auch eine Adress-Maschine. Und dem aktuellen Wert des Akkumulators. Wir wollen genau die gleiche Berechnung durchführen wie eben. Und unser Akkumulator ist leer. Auch hier lohnt es sich manchmal so ein bisschen nebenbei auf einen Zettel mitzuschreiben. So Schmierzettel, wenn man sich unsicher ist, was ist eigentlich gerade der aktuelle Wert meines Akkumulators. Er ist im Moment leer. Und wir wollen eine Berechnung durchführen. Was müssen wir also wahrscheinlich als erstes welchen Befehl nutzen, um irgendwo dann gleich was Sinnvolles zu tun? Ja, genau. Wir laden. Wir laden einen Wert. In dem Fall helfe ich mal. Reihenfolge. Auch hier müssen wir natürlich gucken. Wir laden das E. Und was wäre dann das Nächste, was wir machen? Jetzt haben wir den Wert E im Akkumulator. Achtung, was passiert, wenn wir jetzt noch einen Wert laden? Der Akkumulator ist dumm. Der Akkumulator sagt, ich soll also meinen Akkumulatorwert überschreiben. Wenn ich jetzt A laden würde als nächstes, dann schreibt er mir einfach A da rein. Aber ich könnte ja vielleicht schon eine Berechnung durchführen. Ich brauche immer eine Adresse, eine Speicheradresse plus den Wert vom Akkumulator. Okay, ich kann eine Subtraktion machen. Ja. Und in dem Fall, die Subtraktion will ich ja mit A machen. Was passiert also? Also, ich nehme den Wert des Akkumulators, ist gerade E, minus meiner angegebenen Speicheradresse, ist A. Okay, soweit, so gut. Und jetzt will ich die Division machen. Und ich stelle fest, wenn ich jetzt eine Division mache mit dem Akkumulator, Akkumulator, also Division, wenn ich jetzt irgendwas mit D mache, Akkumulator gleich Akkumulator geteilt durch Speicheradresse, das heißt E, minus A geteilt durch D. Hm, doof. Das heißt, die Reihenfolge passt so nicht ganz. Ich brauche es eigentlich genau andersrum. Ich brauche das D auf dem Akkumulator, um dann dieses E, minus A abzuziehen. Was kann ich dann machen mit dem Wert, den ich jetzt im Akkumulator habe, damit ich ihn nachher weiterverwenden kann? Richtig. Genau, ich kann es storen, zum Beispiel nach F. Dann ist mein Akkumulator erstmal wieder leer. Ja, dafür hat aber F den Wert, E, minus A. Und jetzt kann ich nämlich genau den Spaß machen, dass ich mir das D reinlade, load D. Habe an F, ja, meinen anderen Wert, sage dann div F. Das heißt, es kommt der Wert des Akkumulators, geteilt durch das an der Speicheradresse, also E, minus A. Und habe das richtige Ergebnis. Und so wie eben, muss ich am Ende darauf achten, dass es am Ende in einer Speicheradresse sein soll. Ergibt also den Wert store R. Ja, so, auch hier muss ich dann gucken, dass ich, also das ist jetzt übrigens ein sehr abstrakter Akkumulator, das sind alles jeweils Speicheradressen, würde ich hier gesprochen haben, oder Werte aus Speicheradressen, aber zum nebenbei hinkritzeln hilft es eigentlich. Was habe ich hier vorliegen in Bezug auf Opcode, Speicheradresse und Register? Load E. So wie eben, wollen wir nochmal gucken, wie groß ist unser Programmcode? Opcode, Speicheradresse und Register und oder Register. Was habe ich hier vorliegen und wie häufig? Okay. Richtig, ein Opcode und eine Speicheradresse. Also habe ich 8 Bit plus 24 Bit, was also 32 Bit sind. Das Ganze gilt für die anderen Zahlen auch. Ich habe jeweils ein Opcode und eine Speicheradresse. Und dann, gehen wir da einmal schnell drüber und bin tatsächlich bei 192 Bit in dem Fall. Also ein bisschen größer als eben. Wobei ich schon ein bisschen spoilern kann bei den Adressmaschinen. Je nachdem, um was für ein Programm es geht, ob es länger oder kürzer ist, kann es dann auch mal sein, von den beiden Gegebenheiten her. Das eine ist mal optimaler und das andere ist mal optimaler beziehungsweise kürzer. Wir haben eine Adressmaschine. Haben immer festgestellt, das ist ja doof mit dem Akkumulator. Da müssen wir immer aufpassen, was da gerade drin ist, weil sonst müssen wir hier irgendwas wegspeichern. Das ist blöd. Deswegen gibt es ja auch was anderes, und zwar die 2-Adressmaschine. Da haben wir kein Akkumulator mehr, sondern wir rechnen nur noch auf Speicheradressen. Wir können den Wert von einer Speicheradresse von einer Speicheradresse in eine andere verschieben. Das machen wir mit MOV. Ansonsten können wir die Operation durchführen mithilfe von zwei Speicheradressen. Wichtig ist eins. Wir müssen gucken, wo wird das Ergebnis hingeschrieben? In die erste Speicheradresse, die hier angegeben ist. Das heißt, man muss unter Umständen schauen, wir überschreiben den Wert, die ersten Speicheradresse. Wenn wir diesen Wert nie wieder brauchen, ist das ja auch kein Problem. Können wir machen. Sollte es aber sein, dass wir diesen Wert nochmal brauchen, müssen wir den unter Umständen speichern, oder wir holen uns den vorher woanders in eine andere Speicheradresse, um damit zu rechnen. Das ist dann das, wofür wir dann eben auch MOV nutzen können. Es gibt jetzt keine Vorgaben, dass wir unbedingt danach alles nochmal wieder weiter nutzen können, aber ihr müsst halt eben gucken, abhängig von der Formel, die berechnet werden soll, kann es halt sein, dass ihr nochmal den gleichen Wert von einer Speicheradresse braucht. Dann müsst ihr eben aufpassen, dass ihr die nicht überschreibt. Wir wollen wieder das gleiche Programm berechnen. Ein Vorschlag, wie das aussehen kann. Wie ich jetzt starten kann. Ja, genau. Ich kann eine Subtraktion machen. Ich hatte ja eben gesagt, ist ja jetzt nicht vorgegeben, dass wir an der Stelle für unsere Berechnung die Werte speichern sollen, oder sichern sollen. Wir brauchen sie hier auch nicht. Also machen wir sub e, a. Reihenfolge müsst ihr natürlich schauen, wie rum das ist. In dem Fall heißt es also, dass an die Stelle der ersten Speicheradresse, die ich angebe, das ist dann das e, ich den Wert, das Ergebnis der Berechnung schreibe von dem, was an Speicheradresse 1 steht, minus dem, was an Speicheradresse 2 steht. Das wäre das a. Damit hätte ich e minus a in Speicheradresse e stehen. Oder das Ergebnis von e minus a. Weit so gut. Nächste Zeile. div.de. Okay, richtig. Gut. D kriegt den Wert von dem, was an Speicheradresse d steht, geteilt durch dem, was an der Speicheradresse e steht, was im Endeffekt dieses Speicheradresse e minus Speicheradresse a ist. Okay. Damit die Berechnung einmal durchgeführt und ein Schritt fehlt uns noch. Richtig, um nicht irgendwie blöderweise einzelne Punkte zu verschenken, vor allem gegebenenfalls auch in einer Klausur. Okay. Ja, ich muss noch das Ergebnis verschieben. Es hieß ja, das Ergebnis soll in R sein. Also muss ich gucken, eher MOV, M, N, M, N. Also ich will dem Ersten das zuweisen, das ist das M. Das heißt, ich muss R als erstes nehmen. Dem weise ich das zu, was ich als zweite Adresse angebe. Im Moment steht alles in D. Also MOV, R, D. Damit hätte ich auch dieses Programm für eine Zweiadressmaschine erledigt. Wir kommen wieder zur Größe des Programms. Schauen wir uns an. Sub, E, A. Wie viele Opcodes, wie viele Speicheradressen und wie viele Register habe ich vorliegen? Richtig. Ein Opcode, nämlich Sub, plus eine Speicheradresse, plus noch eine Speicheradresse, also zwei Speicheradressen insgesamt. Das sind 8 Bit plus 24 Bit plus 24 Bit gleich 56 Bit. Und da die, die, die Berechnung beziehungsweise das, was wir machen müssen, Entschuldigung, noch mal von vorne, da das, was wir bei der Zweiadressmaschine machen dürfen, alles hier gleich ist, immer ein Opcode plus zwei Speicheradressen gilt das dann auch für unsere anderen beiden Zeilen. Da haben wir das Gleiche und kommen am Ende auf 168 Bit. Okay. Fast geschafft. Zweiadressmaschine. Fehlt noch drei Adressmaschine. Jetzt, was war das Problem? Zweiadressmaschine? Wir überschreiben immer noch die, die, die erste Speicheradresse und müssen immer aufpassen, was damit eigentlich ist. Das ist manchmal auch nervig. Außerdem arbeiten wir immer mit Speicheradressen und haben ja schon gelernt, die brauchen hier 24 Bit an der Stelle und ein Register braucht 5 Bit. Also will man vielleicht Register benutzen. Das geht bei der Dreiadressmaschine. Das nennt sich dann auch Load-Store-Architektur und ich kann hier auf XYZ mit drei Registern, wir gucken ins Aufgabenblatt, XYZ sind Register, mit Registern Berechnung durchführen. Ich darf es auch nur mit Registern machen. Wir sehen, wir dürfen hier keine Speicheradressen verwenden. Ich darf außerdem mit MOV von einem Register in ein anderes Register einen Wert verschieben und dann gibt es noch Load und Store. Load ermöglicht mir, aus einer Speicheradresse, zum Beispiel M, in ein Register einen Wert zu laden, zum Beispiel X. Store umgekehrt ermöglicht mir, in eine Speicheradresse, zum Beispiel M, einen Wert zu speichern, aus einem Register, zum Beispiel X. Also, Faustregel für Load-Store und Architektur, Dreiadressmaschine, ich muss alles, was ich zur Berechnung nutzen will, in einen Register laden und dann darf ich auf den Registern rechnen und dann darf ich es am Ende mir in irgendeine Speicheradresse wieder zurückschieben oder auch zwischendurch, wenn ich möchte. aber Berechnung nur auf Registern und ja, wie würden wir also wahrscheinlich anfangen? Okay, ich würde irgendwas laden wollen, ja, soweit, so gut, zum Beispiel den Wert von A, weil den brauche ich irgendwo, aber den will ich auch irgendwo hinladen. Das heißt, Achtung, es ist nicht einfach nur Load A, sondern ich kann dann zum Beispiel sagen, ich lade das Ganze nach Y jetzt einfach mal in ein Register. Jetzt hätte ich ein Register, in dem ein Wert drin ist, aus einer Speicheradresse. Okay, das ist ein Anfang. Und nun? immer dran denken, ich darf nur auf Registern rechnen. Was wäre jetzt also vielleicht eine sinnvolle zweite Programmanweisung? Achtung, darf ich schon Rechnung ausführen? Ich brauche Werte in Registern. Was will ich vielleicht als erstes ausführen? Wohin will ich mich hinarbeiten? Ich will mich auf eine Subtraktion hinarbeiten, meinetwegen. Okay, können wir machen. Dann muss ich gucken, was brauche ich für eine Subtraktion? Subtraktion besteht aus drei Registern. Das eine ist das Zielregister. Das kann ich ja beliebig angeben. Das kann, das muss ja erstmal keinen Wert haben, aber ich brauche zwei Register mit Werten. Genau, dann kann ich zum Beispiel sagen, load z, e. Was habe ich jetzt also gerade? Mein Register y hat den Wert von a, mein Register z hat den Wert von e. Okay. Was haben wir noch gesagt? x hat gerade den Wert von x. Jetzt habe ich tatsächlich zwei Register, die Werte haben. was könnte ich also als nächstes machen? Wir wollen uns auf die Subtraktion hinarbeiten. Darf ich die jetzt schon machen? Und wenn ja, wie wäre dann die Programmanweisung? Na, ich sage Sub. Sub ist aber erstmal ja nur an sich, dass ich sage, was ich tue. Mir fehlt noch mehr. Ich muss drei Register angeben für die Subtraktion. Welche Register schreibe ich hier jetzt Komma getrennt dahinter? Das erste ist das Zielregister. Das zweite ist das, von dem ich abziehe. Das dritte ist, was ich abziehe. Okay. Ich kann sagen, ich schreibe als Ziel in x. Da ist nichts drin. Das stört mich da noch nicht, wenn ich das reinschreibe. Dann ziehe ich ab von e. Das ist in z. Ja, richtig. Und ich ziehe davon was ab? Ich ziehe a ab. Genau. Das heißt, ich schreibe jetzt in x rein. Quatsch, e, a, y. a ist in y. So. Und das heißt, hier würde ich quasi das Äquivalent haben von e minus a. Das ist schon mal gut. Und wie können wir jetzt weiter? Damit es ein Teil der in x drin ist, aber uns fehlt ja noch ein bisschen was. Ja, okay. Ja, gut. Da lässt sich nichts machen, wenn du jetzt los musst. Dann, ähm, ja gut, das ist schön, dass du da warst. Und bis vielleicht nächste Woche oder so. Ich mach das noch mal kurz hier, oder gucken wir noch mal kurz auf den Rest. Also, uns fehlt natürlich hier noch der Rest für das D. und wir können jetzt sagen, ja genau, dass wir das D noch laden an eine Stelle. Wir können uns ein Register aussuchen, zum Beispiel wieder in y. Epsilon. Und damit haben wir jetzt alles wieder in Register, was wir brauchen. Genau, jetzt brauchen wir noch die Division. Wir schreiben das Ergebnis in ein Register, zum Beispiel z an der Stelle, und die Berechnung erfolgt aus das D geteilt durch E minus A. D ist in y. Minus, äh, geteilt durch E minus A, das ist in x. Das heißt, z, y, x wäre die Division. Übrigens, der Vollständigkeit halber, wir könnten natürlich auch sagen, dass wir das zum Beispiel mit y, y, x machen, dann würde das Ergebnis in y geschrieben werden, würde y dann dann entsprechend hier überschrieben werden mit dem Ergebnis. Das geht natürlich auch. Und was fehlt uns jetzt? Wir haben in z das Ergebnis der Berechnung d geteilt durch E minus A. Richtig, ähm, wir müssen natürlich irgendwo noch hinspeichern. So wie eben auch. Und an der Stelle schreiben wir das Ganze nach R. nicht x, sondern z. Also als erstes, wohin es geschrieben wird und gespeichert wird und dann, was wir dahin speichern. Nämlich den Wert im Register z. Und als letztes hier noch einmal kurz die Größe des Programms. Wenn wir uns das angucken, was haben wir vorliegen? Ja, ja, Lot kennen wir von eben. Das war ein Opcode. Opcode war in 8 Bit. Wie ist das jetzt hier mit y, a? Was haben wir da? Ja, sowas wie A hatten wir eben schon. Ja, A war eine Speicheradresse. Genau. Aber was ist y? Wir hatten gesagt, das ist eine Registermaschine. Genau. Und ein Register hat, sagt das Aufgabenblatt, 5 Bit. Das heißt, wir haben 8 Bit plus 5 Bit plus 24 Bit, was insgesamt 37 Bit dann sein sollten. Gleiche haben wir nochmal bei load.ze und load.yd. Immer ein Opcode, ein Register und eine Speicheradresse. Die dritte Zeile sieht ein bisschen anders aus. Sub xzy Was haben wir da? Was kennen wir da? Ja, genau. Das Sub, das hatten wir ja wie eben. Das ist einfach wieder ein Opcode. Also, Befehlsanweisung an der Stelle. x, z, z, y. Was ist da? Opcodes, Speicheradressen, Register und wie viele davon, wenn. kommen wir hier oben nochmal. Ja, das genau, das waren alles Register. Das heißt, wir haben in dem Fall 3 x 5 Bit. Also, ein Opcode und 15 Bit. Das heißt, wir kommen hier auf 23 Bit. Das gleiche bei der Division. Und dann gucken wir nochmal auf Store, die Anweisung. Store rz. Ja, die sieht so aus wie dieses load y a. Wichtig ist nur, dass ihr klar seid, was ist r, was ist z. Wir haben es hier quasi andersrum. Wir haben erst eine Speicheradresse mit r und dann ein Register mit Z kommt dann auf 37 Bit und insgesamt auf 194 Bit. Okay. 194 Bit. Eben hatten wir 168, haben wir jetzt ein bisschen mehr gebraucht, klar. Ein paar mehr Programmzahlen. Dafür überschreiben wir halt auch nicht die Original-Speicheradressen. Eine 3-Adress-Maschine oder so eine Register-Maschine, die lebt ihre Vorteile natürlich vor allem dann aus, wenn viele Berechnungen auch mit den gleichen Werten gemacht werden. Dadurch, dass ein Register eben deutlich weniger Bits zur Adressierung braucht als eine Speicheradresse. Gleichzeitig ist sie für uns natürlich auch einfacher lesbar. Also wenn ihr überlegt, dass wir eben noch sehr viel bei den anderen überlegt haben, in welcher Reihenfolge wir bei der Subtraktion und bei Division Sachen in den Akkumulator oder auf den Stack gepackt haben und dass wir nicht, ne, also dass wir das alles richtig rum machen, ist das hier fast relativ einfach eingängig lesbar. Also Subtraktion nach x mache z minus y Okay, viel einfacher geht es eigentlich kaum. Also außer, dass ich natürlich mir überlegen muss, was wo gerade ist. Ja, das ist auch schon alles für 11.3 11.3 12.3 12.4 sind dann einfach nochmal ein paar Textaufgaben, wo ihr euch damit beschäftigen sollt, also Unterschied Little Endian, Big Endian. Das solltet ihr einfach so eigentlich in den Vorlesungsunterlagen auch gut finden können. Guckt euch einfach an, das sind ja im Endeffekt unterschiedliche Arten, wie man Zahlen auch dann abspeichert. Also wenn ich dann so eine Reihenfolge habe, die vielleicht unterschiedlich ist, wie ich eine Mehrbezahl abspeichere. Und das sollt ihr dann auch mit einem Beispiel dann durchführen. Zweite Teilaufgabe, Unterschied zwischen CISC und RISC. Ja, dann eben, also guckt euch auch nochmal an, wofür stand CISC, wofür stand RISC. Complexion, Structions, Reduce, Structions, und dann ist eben die Frage, was macht eigentlich diesen Unterschied? Dann gibt es viele Sachen, auf die man gucken kann. Anzahl von Befehlen, wie Befehle aufgebaut werden müssen und, 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 und. Da eben ein bisschen gucken. Kurze, stichwortartige Antworten dazu. Ja, damit sind wir auch am Ende von dem letzten Aufgabenblatt, jedenfalls nach meiner Information. und wir haben aber, wie ihr wisst, ja noch zwei weitere Übungswochen, die theoretisch damit dann ja keine, keine, frei wären, weil keine Aufgabenblätter sind. Gebt mir gerne eine Rückmeldung, was ich manchmal angeboten habe, in den letzten Wochen war schon so ein bisschen, in den letzten Jahren war dann eine Art Klausurvorbereitung, dass wir uns angeguckt haben, über die zwei Wochen einmal ein paar Sachen aus der ersten Hälfte des Semesters, einmal ein paar Sachen ungefähr aus der zweiten Hälfte des Semesters. Was könnten da vielleicht typische Klausuraufgaben sein? Natürlich nicht alles irgendwie abdecken, aber vielleicht doch so, sag ich mal, möglichst viel halt. Also, wenn ihr da wirklich Interesse habt, gebt mir gerne eine Rückmeldung, schreibt mir gegebenenfalls auch Themen. Ich wäre da potenziell bereit, allerdings, müsste dann halt auch entsprechend jemand mitarbeiten, sonst bringt das ja auch nicht viel. Vorlesen könnt ihr euch ja auch anders anhören oder anschauen. Genau. Ja, genau. Gebt einfach eine Rückmeldung per E-Mail, über Discord, im ESB-Forum. Wahrscheinlich werde ich auch noch mal in der Eidol-Anstelle darauf hinweisen. Genau. Und da die Frage vielleicht sonst gleich aufkäme in dem Ganzen, wie sieht es aus mit einem Panik-Tutorium auch irgendwie direkt vor der Klausur, das ist auch etwas, wovon Herr Meder vielleicht schon gesprochen hat. Das wird wahrscheinlich auch irgendwas derartiges geben, das wird dann, wenn es wie die letzten Jahre ist, aber dann entweder Herr Meder oder einer der anderen TAMS-Mitarbeiter durchführen. Also, wenn ihr irgendwas mit mir noch irgendwie vor der Klausur durchgehen wollt, dann habt ihr nur die nächsten zwei Wochen noch Zeit. Insofern, eine schöne Woche und viel Erfolg. .